Die Forschung zum Terraforming haben wir bekommen. Bin gespannt, es wird eine Weile dauern, bis sie fertig ist. Oh, verfügbare Station, eine neue ist fertig. Schauen wir mal kurz an. Wohlstand haben wir, Dominierung kann ich jetzt. Ich kann jetzt, Tribut Nation klingt nicht so, ist unsere Schwächeren zu sagen, wo es lang geht. Sternenfürsten. Meinung um 20% erhöht. Entdeckung hilft uns nicht, Harmonie. Aller Bewohner sind die Roboter Bewohner. Wenn ich jetzt hier bei Dominierung alles freischalte, kriege ich hier wieder einen Perk dazu. Saut aber noch eine Weile. Soll ich also erst Harmonie noch nehmen? Damit könnte ich die Unruhen stoppen. Hier bin ich mir nicht sicher, ob die wirklich als Untertanen zählen. Das sind ja Sklaven. Oder nehmen wir das mal. Vielleicht hilft es ja weiter. Gut, Konstruktion wird abgeschlossen. Wie sieht es hier aus? Dann haben wir noch zwei Unruhen. Können wir ihn. Stopp. Raumhafen nochmal ausbauen. Das Bergbau-Netzwerk. Neue Forschung. Pionier-Core. Das klingt cool. Oder Kunstwesen-Anführer. Oh, das sind jetzt so viele schöne Technologien. Das ist schwierig. Pionier-Core ist natürlich noch toller. Baukosten von Ter-Station. Aber ich nehme mal das jetzt hier. Vielleicht kann ich da noch was verhindern. Ach, 95 Monate dauert natürlich ewig. Obwohl wir da viele... Hm. Schon fertig? 38 Unruhe. Können wir hier nochmal ausbauen. Natürlich ein Physik-Labor. Da bauen wir ein Ingenieur-Labor hin. Hier ein Physik-Labor. Was brauchen wir denn? Wir brauchen mehr Ingenieure. So, Quastan ist dann jetzt auch erstmal beschäftigt. Vielleicht sollte ich das in den Sektor jetzt integrieren. Was ist das denn? Die haben sich unabhängig gemacht? Oh, die Bruderschaft. Was ist mit denen passiert? Ah. Hier sind die an Binnen. Hat natürlich die Bruderschaft hart getroffen. Die sind jetzt hier nur zwei kleine Reiche. Bedeutet aber auch, dass wir uns da... ...weil Planeten krallen könnten. Aber vielleicht lasse ich die dann noch erstmal in Ruhe. Das sind keine wichtigen Systeme. Was ist hier aus? 25er. Das ist natürlich nicht so schlecht. Tropische Welt. Nett. Eine Tundra-Welt. Warte ich mal im Auge. Ist auf jeden Fall sehr spannend. Oh. Die haben nicht Angriffsversprechen mit denen geschlossen. Kaldari. Migrationsabkommen. Föderationsgründe. Föderationsgründe. Anderen Lebewesen auf dem Planeten. Oder hat ich das falsch verstanden. Hm. Ich lehne das mal ab. Eigentlich müsste ich die unterstützen, wenn die wirklich... Defekte Androiden. Vor kurzem lief ein Androidenarbeiter auf Flaxen in einer Wohnanlage Amok und schlachte mehr als ein Dutzend unserer Bürger ab. Bevor ihn die lokalen Sicherheitskräfte zur Strecke bringen konnten. Unser gerichtsmedizinisches Team ist noch mit der Untersuchung der Überrasse des Androiden beschäftigt. Sie vermuten aber bereits, dass irgendwelche Fehlfunktionen in seinem Neuralprozessor für diese Tragödie anverantwortlich ist. Dieser Vorfall hat bereits zu zahlreichen Aha-Angriffen gegen Androiden auf dem Planeten geführt, denen tausende Einheiten zum Top-Opfer fielen. Das ist höchst bedauerlich. Umso wichtiger, dass die Forschung fertig wird. Mist. Hätte ich das vielleicht versuchen sollen. Nun gut. Sie sind beide klein. Kein großes Problem. Sieht so Flexigen aus. Auch da kann ich ausbauen. Hier sind noch Ausbaupotenziale vorhanden. Die Konstruktion wurde abgeschlossen. Die Baureihe wurde beendet. Die Flotte wurde stark vergrößert. Können wir aber noch weiterführen. Erstmal auf der Erde die Ausbauten befädigen. Und dann im Raumhafen neue Schlachtschiffe. Ich mach's noch die Forschung. 84 Monate immer noch verbleibend. Das ist ganz schön lang. Wo gibt's denn Unruhen auf Cruston Prime? 51. Nochmal gucken. 40. Durch Armeen. Garnisonsarmeen reduzieren sie. Dann muss ich hier einfach mehr Androiden stationieren. Auf dass die, die nicht so schon schlau genug sind, die dann umzuprogrammieren. Was ja zum Teil schon im Reich der Fall war. Oder in dem Zusammenschluss. Bin ich gespannt. Was mit den Androiden jetzt fortgeführt wird. Was da passiert. Wüstenwelt 21. Da kann ich nochmal wen hinschicken. Sourcenspeicher ist voll. Bedeutet, wir schicken nochmal den Sektoren ein bisschen Zeug. Da nochmal ordentlich was investieren, damit die Ressourcen wieder leerer sind. Und die können was investieren. Wo ist denn Tartessos? Da. Kann ich die denn schon aufnehmen? Ich müsste den hinzufügen. Und dann kann ich den hinzufügen. Zack. Mit dem warte ich noch. Den hier könnte ich aber schon hinzufügen, weil da herrscht Ruhe. Was lehne ich ab? Research complete. Stopp. Die Atmosphärenmanipulation ist fertig. Feuchtigkeitsregulatoren und chemische Verbreitungseinheiten sind der Rest schritten in Richtung einer fundamental veränderten Atmosphäre. Neue Forschung. Klonarmee. Ja. So. Was ist jetzt möglich? Ist die Frage. Terraforming. Kann ich eine kontinentale Welt draus machen? Das geht schneller, Savannenwelt und Aride-Welt. Und eine kontinentale Welt wäre natürlich noch cooler. Probieren wir das mal aus. Terraforming zu einer kontinentalen Welt. Wir haben noch genug über. Also wenn wir noch großen Planeten irgendwo haben, sollten wir das da vielleicht auch nochmal durchführen. 18. 25. Da. Terraforming. Nächste kontinentale Welt. Und der Quanten-Destabilisator ist fertig. Jetzt können wir einen neuen Warp-Antrieb. Antrieb. Antrieb. Disruptor. Blauer Laser. Röntgenlaser. Phasen-Disruptor. Oder ein Schildkondensator. E-Ionen-Disruptor hat 200% Schildbeschädigung. Da nehme ich doch aber den Phasen-Disruptor. So, zwei Planeten werden umgemodelt, äh, terraformt. Das dauert eine Weile. Konstruktion complete. Kann man irgendwo sehen, wie lange das noch dauert? Flotte wird weiter vergrößert. Da ist ein 15er Planet, da ist noch ein 15er Planet. Die Wahl steht an. Ja, oder lassen wir das doch mit Molly Miller? Die wird das schon schaffen. Das brauche ich auch nicht weiter unterstützen. Das ist sehr gut. Flotte, könnten wir noch weiter ausbauen, oder? Ich probiere es nochmal mit einem anderen Planeten. Oh. Ich hatte doch aber nochmal einen gebaut, meine ich. Ah, der wurde wiedergewählt. Na dann. Konstruktion complete. Der Raumhafen hier ist abgeschlossen. Was bauen wir dann hier noch hin? Verteidigung. Observatorium. Maschinenbauhalle. Krass, dann Prime. Solarkollektor. Observatorium. Ich weiß nicht, ob die... Ich fürchte mich, die sind nicht für alle. Ich brauche die trotzdem da mal hin. Machen wir auch nochmal ein Observatorium hin. Umsatzungsquartier. Da haben die jetzt alle zu tun. Kann ich in mein... Anderen Systemen eigentlich auch. Trappist... Trappist Prime. Ja, kann ich in Auftrag geben. Sehr gut. Da ist ein 18er, da ist ein 14er Wüstenwelt. Das dauert genauso lange. Und kostet genauso viel. Aber warum soll ich die nicht alle gleichzeitig terraformen? Ich habe ja die Ressourcen dafür. Die Ressourcen sind da, warum solltest du das nicht tun? Die Planeten, die wir leider zusätzlich kriegen, das ist doch super. Das dauert zwar eine Weile, aber dann kann ich da schön die Planeten besiedeln. Jetzt soll ich das mit dem hier auch nochmal machen. Moment, Quastan. Ach, seitdem ich da gebaut habe, kann ich das nicht mehr. Achso. Oh, durch das schwache Magnetfeld ist es vielleicht eh nicht so sinnvoll. 28 nur noch? Das geht ja. Kann ich denn hier? Den Mars kann ich nicht terraformen. Terraformen kann er da... Kandidaten... Ne, das geht nicht. Okay, Klonarmee ist abgeschlossen. Sehr gut. Was nehmen wir als nächstes? Lebensdauer. Das dauert alles ziemlich lange. Hm, das finde ich nicht so spannend. Dann nehmen wir lieber den Staub. Geht schnell. Vielleicht können wir ihn gebrauchen. Ja, diese vielen blauen Welten, das gefällt mir sehr, sehr gut. Nur mal gucken, ob ich irgendwo sehen kann. Da, 2700 dauert es, ne? Dauert echt lange. Hat auch einiges gekostet, aber das kommt jetzt ja wieder rein. Ist nicht das Problem. Wasserprime wird noch gebaut. Was können wir für Erl noch Gutes tun? Da können wir nochmal ausbauen. Das ist nochmal super für die Forschung. 10% drauf. Aber wir haben jetzt einen mundlichen Minus. Warum? Die Außenposten kosten so viel. Kann ich da vielleicht nochmal einen abreißen? Militärstation, Militärstation, Militärstation. Da unten in den Außenposten kann ich ganz sicher nicht abreißen, oder? Könnte vielleicht hier, wenn der Planet dann besiedelt ist. Der Phasen-Sorruptor ist auch erforscht. Forschungsinstitut. Das nehmen wir mal mit. Ja, wenn die Planeten dann besiedelbar sind, dann kann ich jede Menge abreißen, dann kriege ich hier wieder ein Plus. Aber so ist das natürlich doof. Die Militärstationen kosten mir jetzt nicht so viel, aber... Plus drei... Infraktionen... 0,6. Ich habe einfach zu viele Außenposten. Ich habe einfach zu viele Außenposten. Die Planetäre Hauptstadt kann ich noch verbessern, auf einigen Planeten vielleicht. Ja, hier nicht. Wo sieht man das denn? Ja, ich habe hier Planetäre Hauptstadt. Kann ich Rechte festlegen? Das Species-Screen liste all types of nominally intelligent beings we have encountered. We can toggle Species to display only citizens of our Empire or all-known Demsons of the Galaxy. Mhm. Angemessen. Plus eins. Sozial-Level plus zehn Prozent der Zufriedenheit. Ja. Es gestattet keine Bevölkerungskontrollen, keine Migrationskontrollen, Lebensstandards. Ne, das bringt nichts. Volle Staatsbürgerlente, ja. Da kann ich auch keine Rechte einstellen, bei den Robotern, aber das sind keine Androider, das sind wirklich synthetische, ohne Heimatplanet, aber 42. Da muss ich noch was überlegen mit unseren Androiden, vielleicht hilft die Forschung leider dann weiter, die in 23 Monaten fertig ist. Irgendwie müssen wir die besser integrieren ins Reich. Reich ist es ja nicht in die Föderation, die Vereinigung der Planeten.